Pfefferspray ist ein Reizsprühmittel, das zur Abwehr von Menschen und Tieren eingesetzt wird. Der Wirkstoff dabei lautet Oleoresin Capsicum, abgekürzt OC. Ein eher schauriges Thema, das Ganze. Unwirksam ist Pfefferspray allerdings zur Abwehr von sonstigen Wesen. Hier empfiehlt sich ein altes kirchliches Mittel, nämlich Weihwasser. Inhaltsstoff Jezeh. Richtig verstanden. Jesus Christus. Der Sieg über Sünde und Tod. Der Herr des ganzen Universums.